Wie ist die Verwaltungsschale nutzbringend in der Produktion einsetzen? Die Verwaltungsschale wird hier auf der Edge in einem Server angeboten. Das heißt, das ist der Proxy, der die Informationen über diese beiden Geräte auf standardisierte Art und Weise an überlagerte Applikationen weitergeben kann. Das Besondere ist, dass wir hier durch das standardisierte Modell der Verwaltungsschale einen ganz einfachen Gerätetausch durchführen können und sogar herstellerübergreifend, da eben alle Hersteller dasselbe Modell verwenden. Das heißt, sollte zum Beispiel dieses Energiemonitoringgerät ausfallen, kann ich das einfach entfernen, durch ein anderes Energiemodell ersetzen und Sie sehen, die Anlage läuft wieder. Wir haben hier ein echtes Plug & Produce installiert. Das heißt, die Verwaltungsschale wird automatisch ausgelesen, die Konnektivität wird hergestellt und die Applikation, die oben drüber läuft, kann unberührt weiter funktionieren.